Hallo, ich bin die Hanna. Ich studiere Dietologie an der Fachhochschule in St. Pölten und möchte euch heute kurz meinen Studiengang vorstellen. Zuerst einmal, was ist Dietologie überhaupt und wo kann man danach arbeiten? Wir beraten gesunde und kranke Leute in verschiedenen Ernährungsthemen, also von Schwangerschaft, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis Erkrankungen, die das Verdauungssystem betreffen. Arbeitsfelder sind klassisch das Krankenhaus, Reha-Zentren. Viele sind freiberuflich oder in der Gesundheitsförderung und Prävention oder der Forschung tätig. Ich werde auch oft gefragt, ob man nebenbei arbeiten kann. Dadurch, dass es ein Vollzeitstudium ist und wir täglich Veranstaltungen haben, ist es schon sehr zeitintensiv. Im Vergleich auch zur Uni ist unser Stundenplan viel schulischer gestaltet. Viele von uns arbeiten aber trotzdem nebenbei, vor allem eher geringfügig. Es kann halt dann mal, vor allem in Prüfungsphasen, ziemlich stressig werden. Was mir voll gut am Studium gefällt, ist, dass wir fast jedes Semester ein Praktikum absolvieren müssen in den verschiedensten Bereichen. Da bekommen wir einfach einen super Einblick in den Berufsalltag und können unser Wissen anwenden und sehen, ob uns das dann überhaupt gefällt für später mal. Wenn du Fragen hast zum Studium, zum Drumherum oder zum Aufnahmetest, schreib mir einfach. Ich antworte dir jederzeit voll gern und ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für die Studienwahl. Und vielleicht sehen wir uns ja auf der FH bald mal. Ciao!